Mahlzeit hier ist wieder mal der Schattenhase weiß mit dem nächsten was sollen wir trinken video heute habe ich wieder mal ein Kongstrong und ich denke mal die Geschmacksrichtung ist Kolossus ich bin mir nicht ganz sicher weil irgendwie ist das hier bei den Kongstrong immer ein bisschen schwierig steht auf jeden Fall drauf Energy Drink mit Ginseng und Guarana Extrakt mit Zusatz 24 Vitaminen blablabla Zutaten Wasser Zucker Glukosesirup Sorgungsmittel Zitronensäure Kohlensäure 0,4% Taurin Säure Regulator Natrium Citrat Karamellsirup 0,08% Ginseng Extrakt Koffein Glucoronolakton Inosit Aroma färbende Extrakte aus violetten Karotten und Saflobrüten Speisesalz Vitamin Mischung Niacin Riboflavin Vitamin B6 und Vitamin B12 0,01% L-Carnitin und 0,002% Guarana Extrakt erhöhter Koffein Gehalt für schwangere Kinder nicht geeignet bla nicht zusammen mit Alkohol konsumieren und das Zeug kommt aus Hückelhoven also ziemlich in der Nähe und das ist schon seltsam riecht wie ein normaler Energy Drink aber ich finde das schon seltsam jetzt kommen die Energy Drinks von Lidl aus Hückelhoven und das Bier aus Frankfurt oder ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern wo die Aldi Energy Drinks herkommen aber das Bier von Aldi kommt aus Belgien und das Bier von Rewe kommt aus Mönchengladbach also hier direkt aus der Gegend also Mönchengladbach, Hückelhoven, das sind so vielleicht 30 Kilometer Entfernung Hückelhoven ist von hier in Richtung holländische Grenze und das liegt dann auch glaube ich direkt an der Grenze war früher eine Bergbaustadt und ich glaube sogar die Steinkohle aus Hückelhoven hatte eine relativ gute Qualität und ja, das Zeug schmeckt anders als ein Steinnacht Energy Drink das wird dann wohl der Ginzeng sein aber der Geschmack kommt dann halt zusätzlich zu dem Standard Energy Drink Geschmack also da muss ich ganz klar sagen also die Energy Drinks von Lidl sind im Vergleich zu denen von Aldi einfach nur scheiße Entschuldigung Lidl, aber das ist so ich bin zwar trotzdem immer noch ein Lidl Käufer und die Cola und die Limo, die sind ja auch in Ordnung ich glaube die Bitter Lem war sogar ganz gut aber ne, die Energy Drinks von Lidl, die sind einfach scheiße also Strong Kong oder Kong Strong ist definitiv nicht so mein Ding wobei ich das Design von den Dosen jetzt sogar noch gar nicht mal so scheiße finde ich meine, das ist ein bisschen billig das ist jetzt nichts texturiert oder so aber das Design von der von der Dose finde ich jetzt noch okay aber der Energy Drink ist echt da brauche ich auch nicht viel mehr von zu trinken der ist nicht so toll also Standard Energy Geschmack mit einem anderen Geschmack noch dazu und ne, also wie gesagt, das ist nicht zum Kotzen ich werde die Dose jetzt auch austrinken schmeckt ein klein bisschen wie Waldmeister Aroma also ich stelle euch vor ihr habt einen Red Bull und kippt da eine winstige Menge Waldmeistersirup rein ungefähr so schmeckt das ne Jungs definitiv fahrt mal nach Polen oder oder so und lasst euch von den Energy Drinks da inspirieren aber das ist nichts ich hoffe, das kurze Video war für euch was wenn ja, freue ich mich wie immer gerne über einen Daumen hoch und über einen netten Kommentar abonnieren kann man den Kanal auch da gibt es ja unten so einen Button und ansonsten sage ich wie immer danke fürs Zugucken bis beim nächsten Mal dann